Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo Video! Freunde, die sechste Staffel ist endlich da und den Anfang machen wir natürlich mit einem Bavmo Tuning Tip Video. In der heutigen Episode geht es um die seltensten Ausstattungs- und Zubehöroptionen für den BMW E36. Wenn ihr wissen wollt, mit welcher Ausstattung und welchem Zubehör man seinen E36 noch ein klein wenig einzigartiger machen kann, dann bleibt bis zum Ende des Videos dran. Also Freunde, los! Nr. 1 Der Central Lock Schalter Einige kennen ihn, viele jedoch nicht. Den originalen Central Lock bzw. Zentralverriegelungsschalter des E36. Wenn ihr auch immer das Gefühl hattet, dass in eurem voll ausgestatteten E36 etwas fehlt, ihr aber nicht genau wusstet was es ist, dann ist es dieser Schalter. Der E36 war seinerzeit ausstattungstechnisch anderen Autoherstellern weit voraus. Doch so etwas Simples wie einen Central Lock Schalter konnte man in diesem sonst so optionsreichen Wagen nicht finden, geschweige denn bestellen. In Deutschland und vielen, vielen weiteren Ländern gab es beim E36 schlichtweg keine Lösung für das schnelle Auf- und Abschließen. Man musste sich immer irgendwie selbst helfen. Klar, man hätte auch einfach über den Schlüssel auf- und abschließen können, aber wer hat schon groß Lust am Schlüssel rumzupfummeln? Die Lösung für dieses Problem ist der Central Lock Schalter aus den US-Modellen des E36. Dieser war in den US-Modellen verbaut und eine Option, die E36-Fahrer hierzulande schmerzlich vermissten, bis man auf die Idee kam, sich den Schalter zu besorgen und ihn nachzurüsten. Mit einer Anleitung und etwas handwerklichem Geschick ist es einigen gelungen, den Schalter nachzurüsten. Eine ziemlich nice Sache, denn für unter 80 Scheine kann man sich den Central Lock Schalter auch heute noch nachrüsten. Patrick von Fischers Garage hat den Schalter zum Beispiel vor zwei Jahren in seinem Auto nachgerüstet. Wer also wissen will, wie das Ganze funktioniert, kann den Link in der Infobox zum Video abchecken. Nummer 2. Elektrische Ausstellfenster für das E36 Coupé Zugegeben, elektrische Ausstellfenster für das E36 Coupé sind echt unbekannt und dürften jedem E36 Fahrer da draußen zumindest ein Begriff sein. Jeder wird mit Sicherheit irgendwie mal irgendwo ein E36 Coupé mit vier Fensterheber-Tastern um die Schaltkulisse gesehen haben. Was jedoch Fakt ist, ist die Tatsache, dass elektrische Ausstellfenster beim E36 Coupé etwas wirklich, wirklich seltenes waren und noch immer sind. Denn die meisten der E36 Coupé Kunden hielten elektrische Ausstellfenster für eine unnötige Ausstattung und kreuzten sie dementsprechend beim Händler auch nicht an. Ziemlich schade, wenn man bedenkt, dass man nur mit elektrischen Ausstellfenstern während der Fahrt für eine bessere Belüftung sorgen konnte. Ich zum Beispiel habe mit meinem E36 Coupé das Glück, auf diesen Komfort zurückgreifen zu können und muss sagen, dass ich beim Coupé nie wieder darauf verzichten würde. Dieses Gefühl, wenn man an der Ampel steht und die Ausstellfenster ausfährt und die Leute hinter einem einfach mit einem staunenden Blick zurückbleiben, ist einfach unbezahlbar. Gerade in den Sommermonaten ist diese Funktion auch wirklich Gold wert. Ich denke, jeder von euch kennt das. Man hat nicht immer Lust, direkt die Klimaanlage anzuschmeißen, wenn es mal etwas wärmer draußen ist. Gleichzeitig hat man aber auch keine Lust darauf, bei höheren Geschwindigkeiten die Fenster unten zu haben, allein schon wegen der Lautstärke. Und genau in so einem Fall kommen die elektrischen Ausstellfenster ins Spiel. Ein Druck auf die Taster und man hat eine angenehme Belüftung im Innenraum. Aber nicht nur beim Fahren ist es mega nützlich, sondern auch beim Parken. Denn stellt man seinen E36 zum Beispiel in der prallen Sonne ab, so erhitzt sich der Innenraum weniger stark, wenn die Ausstellfenster ausgefahren sind. Mega nice. Auch hier ist das Nachrüsten eigentlich keine allzu große Sache. Leider findet man selten gebrauchte Stellmotoren und wenn, dann für ordentlich viel Kohle. Wem das aber egal ist, kann zumindest beim Coupé ein sehr nützliches Feature nachrüsten, das sogar den Wert des Fahrzeugs etwas steigern kann. Für das Nachrüsten haben wir ebenfalls ein Video vom YouTube-Kanal Daily Driven E36 unten in der Infobox für euch verlinkt. Kleiner Tipp, wer ein richtiger Profi ist, kann sogar beim E36 kompakt die elektrischen Ausstellfenster nachrüsten. Nr. 3 Alpina Zusatzinstrumente von VDO Leider keine Ausstattungsoption ab Werk, aber wem damals schon Öltemperaturen und andere Parameter wichtig waren, der konnte sich das Zusatzinstrument des Alpina B3 kaufen und in seinem E36 nachrüsten. Ähnlich wie in heutigen Fahrzeugen hatte man auch beim E36, egal ob 3, 16i oder M3, keine großen Zusatzinstrumente, die einen über den aktuellen Stand der wichtigsten Fahrzeugkomponenten aufklären konnten. Gut, beim M3 konnte man noch wenigstens die Motoröltemperatur statt des Momentanverbrauchs sehen, aber das war auch schon das höchste der Gefühle. Alpina erkannte dieses Problem bei der Konzipierung des Alpina B3 ziemlich schnell und gab ein neues Ausstattungsüber bei VDO in Auftrag. Heraus kam dabei das Zusatzinstrument, welches neben der Motor- und Differenzialöltemperatur, dem Motoröldruck und eine Ganganzeige oder wenn gewünscht die Batteriespannung anzeigte. Das Geniale am Alpina Instrument war die sehr gute Integrierung ins Cockpit. Denn wo viele Hersteller auf zusätzliche Rundinstrumente setzten, die irgendwo im Innenraum angebracht werden mussten, feilte Alpina an der perfekten Integration des Instruments. So konnte man das Zusatzinstrument ziemlich leicht verkabeln und anschließend einfach vor das Kombi-Instrument setzen, ohne dass etwas verdeckt wurde oder die Optik leiden musste. Einfach mega genial, denn so konnte man seinen E36 wirklich warm fahren und hatte auch bei komplett gestörter Fahrweise die wichtigsten Daten in Sicht, ohne den Blick in unnatürliche Sichtbereiche, wie zum Beispiel auf die Mittelkonsole zu lenken. Übrigens, Alpina bot auch ein Zusatzinstrument für den E34 an, das so aussah. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ist das Alpina Zusatzinstrument, egal ob E36 oder E34, schon früher extrem beliebt gewesen. Beliebt aber rar. Das wird klar, wenn man sich den Markt für das Instrument anschaut. Das Zusatzinstrument ist nämlich auf keiner bekannten Plattform mehr zu finden. Jeder, der dieses Teil besitzt, wird es sicher nicht mehr einfach so verkaufen. Also falls ihr irgendwann ein Alpina Zusatzinstrument sehen sollte, das zum Verkauf steht, überlegt nicht lange und greift zu, denn wer weiß, wann ihr wieder die Gelegenheit dazu haben werdet. Nummer 4. Das Aerodynamikpaket. Aerodynamikpaket? Das heißt doch M-Paket. Genau das meinen wir nicht. Denn was ebenfalls viele nicht wissen, ist, dass es neben dem uns allen bekannten M-Paket auch ein Aerodynamikpaket gab. Noch nie gesehen? Dann schauen wir es uns mal gemeinsam an. Auf den ersten Blick sieht dieser E36 wie ein gewöhnlicher E36 mit M-Paket aus. Nicht wahr? Nun ja, es sieht vielleicht so aus, aber Fakt ist, dass es kein E36 mit M-Paket ist. Das ist nämlich ein E36 mit dem Aerodynamikpaket. Vergleicht man die M- und Aero-Schürzen miteinander, erkennt man erhebliche Unterschiede. Die Frontschürze des Aeropakets ist zum Beispiel um einige Millimeter kürzer. Das erkennt man zum Beispiel am zentralen Lufteinlass. Und auch der obere Teil ist glatt und formt sich nicht aus wie beim M-Paket. Dazu kommt noch ein weiteres Merkmal und zwar die Kinnlinie. Auch hier ist sie beim Aerodynamikpaket sehr zurückhaltend und verglichen mit dem M-Paket sehr, sehr kurz. Eine andere interessante Sache ist, dass diese Schürze eher sowas wie eine zweite Haut für die Serienschürze ist. Sie ist sozusagen wie eine riesengroße, sich nach oben ziehende Zusatzlippe, die man an verschiedenen Punkten verschrauben und verkleben musste. Das machte die Nachrüstung auch für Laien extrem einfach. Wenn wir uns der Heckpartie widmen, gibt es auch hier wieder auf dem ersten Blick Verwechslungspotenzial. Denn anders als man denkt, ist auch die Heckschürze komplett eigenständig. Im direkten Vergleich sieht man, dass sich die Aerodynamikschürze weiter nach unten zieht als die des M-Pakets. Zudem ist der Diffusor hier ein Bestandteil der Schürze und keine abnehmbare Komponente wie bei der M-Schürze. Ein weiteres Merkmal sind zum Beispiel auch die Streben im Diffusor. Während die M-Schürze über drei Streben verfügt, sind es bei der Aero-Schürze nur zwei. Wenn wir uns zu guter Letzt zum Abschluss noch die Heckklappe ansehen, sehen wir, dass es auch einen Heck-Spoiler gab. Diesen gab es zu der Zeit mit oder ohne dritte Bremsleuchte. Für damalige Verhältnisse waren diese integrierten dritten Bremsleuchten etwas ziemlich Besonderes. Aber welche Sache macht das Aerodynamik-Paket neben seiner Seltenheit so besonders? Laut BMW verbessert dieses Paket die Aerodynamik des Fahrzeugs, aber merkliche Unterschiede konnte niemand so wirklich bezeugen und auch im Netz gibt es keine aussagekräftigen Anhaltspunkte. Was jedoch für einige Tuning-Begeisterte von euch interessant sein dürfte, ist die Tatsache, dass man mit der Aero-Schürze sein Fahrzeug um ein paar Millimeter weiter tiefer legen kann, da sie kürzer als die M-Schürze ist. Wenn man dann noch bedenkt, dass man eine ziemlich einzigartige Front in einem M-ähnlichen Look hätte, die so nicht jeder zweite da draußen fährt, beginnt man tatsächlich darüber nachzudenken, ob man dieses Paket nicht in Erwägung zieht. Es sieht sportlich aus, man kommt mit dem Fahrzeug etwas tiefer und man kann sich sicher sein, dass man mit diesem Paket auf BMW-Treffen ein absoluter Exot ist. Was will man mehr? Nummer 5. E36 Navigationssystem. Es gab sogar zwei verschiedene Modelle. Das in Europa am weitesten verbreitete, jedoch immer noch seltene Modell ist das Traffic Pro Navigationsradio, auch bekannt als Becker BE 4769. Das Traffic Pro war mit Abstand die eleganteste und benutzerfreundlichste Lösung für ein Navigationsgerät in einem E36. Das Geniale am Traffic Pro war ebenfalls die Integration ins Cockpit, Dank der abgestimmten Beleuchtungsfarbe im Bernstein-Ton fügte es sich auch bei Dunkelheit perfekt ins Gesamtbild und bot dank seines vollwertigen Pixel-Displays die Möglichkeit, auch richtige Grafiken wie zum Beispiel Pfeile, Symbole oder ähnliches anzuzeigen. Man konnte sogar ohne großen Aufwand ein AUX-Kabel nachrüsten und mit einem anderen Kabel sogar sein Handy damit verbinden. Ziemlich viele Möglichkeiten für ein doch so primitiv wirkendes Stück Technik aus den 90ern. Übrigens haben wir für dieses Video mal nachgeforscht, ob das Traffic Pro noch zu bekommen ist. Und siehe da, tatsächlich haben wir ein paar finden können. In der Infobox haben wir euch das Ganze mal verlinkt. Wer also Interesse an dem Navi hat, kann den Link ja gerne mal anklicken und nachsehen. Doch machen wir weiter mit dem anderen Navigationsmodell des E36. Das zweite und hier in Europa seltenste Navigationsgerät im E36 war das BMW Navigation Low E36 von VDO. Ja genau, so hieß das Ding. Wie der Name schon erahnen lässt, saß das Navigation Low im unteren Bereich der Mittelkonsole und wurde durch einen einzigen Drehknopf gesteuert. Ähnlich wie das BMW Traffic Pro verfügt auch das Navigation Low über ein vollwertiges Pixel-Display, welches auch im Bernstein-Ton beleuchtet war. Nicht die perfekteste Lösung, da man sein wichtigstes Ablagefach dadurch verlor, aber es bot dafür einen enormen Mehrwert. Nur die wenigsten E36-Fahrer konnten Ende der 90er behaupten, dass sie ein Navigationssystem an Bord haben, das sie kreuz und quer durch Deutschland navigieren kann. Wenn man es mit dem heutigen Stand der Dinge vergleicht, ist klar, dass das Navigation Low absolut veraltet und eigentlich nicht mehr zu gebrauchen ist. Aber wer wirklich etwas extrem seltenes als Ausstattung in seinem E36 haben will, ist mit dem Navigation Low gut bedient, denn insgesamt wurden nicht einmal 300 dieser Geräte gebaut. Wer also jemals irgendwo eines dieser Geräte erwischen sollte, sollte am besten direkt zuschlagen, denn eine solche Gelegenheit noch einmal zu erwischen ist ungefähr so selten wie ein Sechser im Lotto. Aber hier mal eine Frage an euch da draußen. Wie viele dieser Ausstattungs- und Zubehörteile kanntet ihr? In der Infokarte oben rechts könnt ihr darüber abstimmen. Wir erwarten wie immer Realtalk-Freunde, also seid ehrlich zu euch selbst. Eine andere Frage ist, ob wir dieses Format auch mit anderen Modellen fortsetzen sollen. Habt ihr Bock, dass wir diese Serie auch mit anderen BMW-Modellen einbringen? Wenn ja, dann schreibt uns doch in die Kommentare, welches BMW-Fahrzeug wir als nächstes für unser Format nehmen sollten. Wir sind gespannt auf eure Vorschläge. So Freunde, das war's mit dem Bavmo-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns mal einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure Bavmo-Crew. Sollte Wir sind Vielen Dank.